Weitere Fakt für Spark of Phoenix, allerdings nicht disliken, bitte nicht, bitte nicht mehr disliken, also die Faktors Spark of Phoenix Videos sind nicht dislikedbar, mehr würde ich in Zukunft sonst machen, und zwar sind Skelette, wenn man die tötet, da hört man irgendwie so ein Slime-eventisches Geräusch, das ist ein Slime, wenn man die Skelette dann tötet, sind irgendwie so ein Slime, gucken ob das auch bei dem Zombie der Fall ist, ich will mal kurz mit dem Zombie nach, weil ich glaube da ist es nämlich auch so, da ist das nicht so, das war der Fakt, auch wenn das gefallen hat, liken, nicht disliken, teilen und abonnieren,